Hallöchen, ihr Fotzen und herzlich Willkommen zu Survival Games. Das kommt unerwartet. Hallo. Mit Flo zusammen, hallo. Kleinen Fätzchen. Ne? Hallo. Guck mal, Zuckerwatte ist neben dir. Zuckerwatte! Und Jelly Jens. Jelly Jens. Jelly Jens. Oh Mann. Magst du diesmal was aus der Truhe rausholen? Magst du diesmal vielleicht nicht irgendwelche Risikationen machen? Ich hab wieder einen Eisenbruchspanzer, aber dieses Mal kein Schwert. Ich hab wieder nichts. Ich hab einen Kettenbruchspanzer für dich. Kann ich dir gleich droppen, aber ich hab keine Waffe. Ich auch nicht. Lass mich mal vorlaufen irgendwo. Sag mir, ob hinter uns safe ist. Ja, ist safe. Kann ich droppen lassen, ja? Äh, jein. Da ist jemand. Oh, jetzt ja. Guck mal auf. Die Zeit ist jetzt schon vorbei, ernsthaft? Ja. Hier ist ne Tour, hier ist ne Tour, hier ist ne Tour. Wow, awesome. Wow. Was war da drin? Am Baum fällen. Holzschmerz, äh, Holzschmerz. Holzschmerzposten. Holzschmerzen. Oh, ich hab da wieder Holzschmerzen, hab zu viel aufgenommen. So. Hier muss doch irgendwo, hier muss doch irgendwo. Hier muss irgendwo ne Tour sein, ja? Da hast du recht. Na, aber wo, aber wo? Ich glaube in diesen Büschchen sind auch manchmal welche, aber... Oh no. Büschchen, büschchen. Hä, war denn hier immer eine? Bin mir sicher, dass hier mal irgendwas irgendwo war. Hä? Hä? Ach da, kann man sich durchglitschen. Hier oben ist auch noch eine. Hier war aber nur Essen drin. Oh, hier. Goldapfel, Schwert, alles. Echt? Hast du auch noch ein Schwert für mich? Ne, ne? Ne. Okay, das ist ein bisschen schade natürlich. Wir haben ne gute alte Miepfähle gerade im Inventar. Ne gute alte Miepfähle. Fällig nice. Awesome. Miepfähle ist awesome. Ja. Ja. Dem ist tatsächlich so. Da ist jemand. Lass mal töten. Äh. Hat der ein Eisenschwert? Oh. Habe ihm Wut gegeben schon. Habe ihm Wut gegeben. Ergibt mir! Nooon! Nein! Siehst du? Siehst du, was ich meine? Siehst du das? Ja. Geil. Awesome. Awesome Feature is awesome. So, wir hängen jetzt noch ne Runde hinten dran. Und wehe Flo, du stirbst wieder, Alter. Ich geb mir Mühe dieses Mal nicht zu sterben. Bitte. Was man ja sagen muss ist, dass du ganz gut gegen ihn gekämpft hast. Und dass ich dadurch leichtes Spielen hatte. Das Problem war bloß... Du musstest ihm ja nur noch einen Hit geben. Ja. Du musst halt irgendwann aufhören. Er hatte mich in der Kombo. Ich konnte nicht aufhören. Den musst du halt vorher aufhören. Es ging nicht. Es geht immer. Ich hab ein Steinschwert. Ich auch. Einen Eisenbaren. Auch ein Steinschwert. Easy. Aber keine Rüstung. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Brücke? Wo bist denn du? Wo bist du? Okay, lass zur Brücke gehen einfach. Brücke. Brücke da hinten. Okay, ich bin aber jetzt immer noch beim Spawn gerade. Okay. Warum? Kann doch im Moment dauern. Vor allem wird die Schutzzeit gleich vorbei sein. Komm, komm, komm. Lebe ich aber da. Ja. Interviewe ist einer. Ich versuche ihn mal weg zu... Okay. Ja, dann geh noch nicht in den Kampf, ne? Nein, nein. Natürlich nicht. Weil die auch kämpfen. Die kämpfen auch. Okay, ich seh dich gerade. Ja. Okay, du hast eine Hose immerhin, ne? Ja. Ne, ich hab Schuhe. Okay. So, jetzt. Nice. Gut. Gut. Ich hab noch mal Schuhe hier. Achso, die hast du bekommen. Natürlich bekommst du die wieder. Natürlich. Also sind hier noch welche, ist jetzt die Frage. Ne, ne. Nicht? Nein, einer ist gestorben eben gerade hier und der andere... Den haben wir gekauft. Also hoffen wir, dass hinten keiner mehr ist, ne? Ich geh mal hier links an der Seite durch. Ich bin hier oben drin, ne? Aber du bist doch ganz gut ausgerüstelt, Eisenbrustpanzer, Steinschwert. Ja, das ist okay. Aber du halt nicht so, ne? Willst du den Eisenbrustpanzer nehmen, bevor du wieder stirbst? Ne, lass mal. Nimm ihn. Ich hab ihn hängen gebrochen. Lass ihn halt da liegen. Dann lass ich ihn halt da liegen. Ja, lass ihn da liegen. Das ist ein Lederbrustpanzer. Das kommt mindestens genauso gut. Ja. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Soll ich außen? Ich geh in der Mitte durch, okay? Okay, geh in der Mitte durch. Oh Gott, ich verlaufe mich hier doch wieder. Wobei, sieht ganz gut aus. Hab ihn. Easy. Boah, der dauert das so lange, um in der Mitte durchzukommen, ne? Ja, ich hab da was für dich da. Geil! Awesome! Er hat aber ein Eisenschwert. Ist ja nicht so wild. Na ja, wenn er wrecken kann, schon, ne? Na, ich könnte dich pushen. Oder du mich. Boah, du hast mich nach hinten gepusht. Was? Ja. Nochmal ein Hit gegeben. Oh nein! Genau ins Feuer rein. Awesome! Sehr gut, aber der kann nicht mehr so viel haben. Hat schon richtig viele Hits mit Steinschwert kassiert. Wenn der uns in die anderen reinloggt, könnte es sehr problematisch werden. Okay. Ja, hinter dir ist jemand. Der ist immer noch hinter mir. Wollen wir den erstmal machen? Weiß ich nicht. Ja, lass machen. Oh, ich hab dich geschlagen. Ja. Okay, nice. Schön. Dann direkt hinterher wieder hinter dem. Okay, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Da ist ja du wieder von eben. Oh Gott. Ja. Alter, was das hier für ein Gemenge ist, wann? Was für ein Gemenge hier? Ja, ich bin... Er hat mir einen Angel-Hit gedrückt. Oh, das ist ein Dreierteam, ne? Glaub ich. Ach ja? Nein. Doch, glaub schon. Aber die laufen gerade alle weg. Oh, TNT passt auf. Ich hab dich getötet. Woh! Ich hab dich getötet. Womit? Ich hab dir doch vorher einen Hit Angel gegeben und dann das TNT. Ja. Danke. War ganz nice. War ganz nice. Awesome. Bin mir leid, dass ich wieder gestorben bin. Hier schon wieder, Mann. Noch ne Runde. Wir spielen zusammen auf der Endmap. Endmap. Wo bist du? Endmap. Endmap. Ich mag Erdbärenchen. Das ist super. Du auch? Ja, doch. Ich find das gut. Ganz cool. Ich find das mal geil, wie die immer so sich aufrichten und dann links, rechts geradeaus gucken, ob da irgendwo ein Feind ist. Ja. Ist nicht super. Find ich sympathisch vor allem auch. Ist toll, ist toll. Ja, ist tatsächlich gerade sehr, sehr toll. Ich hab größtenteils zum Essen. Ja, ich seh dich. Hi. Wieso? Mit deinem Helm rumläufst du? Richtig sweet. Das ist alles, was ich habe, Mann. Das ist so süß. Händen ist was? Ist hinter uns einer? Ja. Ich glaube, er war jetzt gerade umgedreht. Nee, ist noch nicht. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Awesome. Gut, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Komm her. Ich will auch erstmal eine Waffe haben. Okay. Okay. Er hätte ein bisschen Rüstung gehabt für uns. Du hast nicht zufällig einen Eisenwaren und einen Stick? Ich hab ein Dia. Okay. Aber eins und andere nicht. Kann man eine Hälfte Eisen, eine Hälfte Dia machen? Ja, wär geil, ne? Lass mal mit dir ein Rütenschwert machen. Pass auf, da ist schon wieder so ein Einer Dude. Ich hab jetzt schon mal eine Holz-Axt. Okay, das ist super. Danke. Ich hab jetzt so gesehen einen Eisendread. Ähm. Holz. So gesehen. So gesehen. Wir hätten jetzt ein richtiges Gemenge. Ah ja. Müssen du. Nur ein bisschen hinter mir. Okay, okay, okay. Gut, gut. Kann man hier rein? Will ich hier rein? Nee, willst du nicht? Warum nicht? Weißt du nicht? Sieht gefährlich aus, weil wegen Lava und allem. Ja, schon ein bisschen Lava drin tatsächlich. Ob da oben jemand war? Komm mal da hoch. Weiß nicht. Ich tauch hier runter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, gut, dann geh ich mal da hoch. Einfach, weil ich's kann. Umso länger ich lebe, umso länger gehört die Folge. Ich komm nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr raus. Oh doch. Oh, hier war schon jemand auf jeden Fall. Hm, schade. Ach, ist das Goodie. Na, der Schöne. Ich hab'n Kompass. Nice. Hi. Abvisiert. Abvisiert? Können wir das Jump'n'Run hier machen? Können wir. Okay. Zu zweit? No risk, no fun. No risk, no fun. Jetzt kommt einer mit der Angel und pusht uns da runter. Okay, ich schaff's wahrscheinlich auch nicht. Oh Gott, das ist hier Eis! Was? Das... Ich bin drüber gerutscht. Ich dachte, das wär weiß gefärbtes Glas. War ein guter Versuch. Neue Runde, neues Glück, yo. Du sollst motivierter klingen in deinem Video. Jetzt bin ich nicht losgelaufen wegen dir, Mann! Ich bin full Iron mit Eisenschwe- Was ist denn Fick, Alter? Was ist los? Kommst du? Hast du die auch ganz gut gebrauchen? Kriegst du aber nicht. Pass auf, hinter dir ist einer. Aber ich werde dich verteidigen. Nein, du bist doch hinter mir. Ich bin ein Tapper, ich hab'n Brustpanzer für dich. Steinschwert? Hinter dir ist ein Brustpanzer. Achso, ja, danke. Kannst du mal töten? Ja. Du alte Tötungsmaschine, Junge. Du bist Robocop of Doom. Ich hab'n. Ein Zerschnetzel, easy. Easy peasy. Soll ich dich boosten, wenn ich kann? Achtung, von rechts. Ja, ich seh. Ach komm. Snackt ja alles weg, ist okay. Ja. Brauchst du irgendwie Rüstung? Ich hab noch ein bisschen was. Nee, nee. Mann. Mal den hier vorne holen, hier rechts so. Rechts. Rechts. Rechts rum. Oh, der schützt jetzt nicht ernsthaft den Wasserfall hoch. Wobei das vielleicht ganz gut ist sogar. Ich krieg dich. Ich hab' ihn gewusstet. Was denn? Hinter dir ist ein Full Iron-Typ. Ich seh's. Schaffst du? Hoffe. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht, denke ich. Er läuft weg gerade. Er platziert TNT. Ja, dann geh weg, geh weg. Ja, alles gut noch. Hab' ihn. Gut. Komm her, jetzt stirb nicht bitte. Ich hab' wohl Iron fast für dich. Okay. Wo bist du, wo bist du? Bin hier oben. Hier oben. Okay. Okay, so. Bücheln, Brustpanzer. Helm hast du schon, ne? Ja. Ja. Wow. Ist da noch Eisenschwert für mich? Pass auf. Eisenschuhe? Eisenschwert. Ne, leider nicht. Steinschwert hätt' ich für dich. Ich hab' Steinschwert. Was ist für ne Runde? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung. Irgendwie läuft's. Es läuft. Vorsicht Feuer, ne? Nicht wieder reinlaufen. Okay. Wo bist du? Okay. Hö! Nice. Eis zerfetzt. Eis zerfetzt, Mann. Eis zerfetzt. Hier, aber ist ein Team. Oh, mit Eisenschwert. Oh Gott. Wie ich dich geschlagen hab' einfach grad. Oh Gott. Ja, die werden uns verficken. Meinst du? Ja, ich bin tot. Ah, ich auch. Eis. Vielleicht hätten wir weglaufen sollen. Ja, hätten wir machen sollen. Aber, dieser Tod hat uns mal wieder brillant gezeigt. Und das ist eine Weisheit fürs Leben. Egal wie gut du bist. Es gibt immer einen Besseren. Und damit beende ich diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann irgendwann vielleicht mal wieder. Hi! Hi! Na? Ah! Awesome. Weil man noch so halb durchgucken kann. Na gut. Ähm. Was ich noch loswerden wollte, ist noch eine Weisheit. Und zwar, äh. Tschüss.